Hallo Leute, hier ist euer Star Wars Finish im dritten Part von Crash Bennecote. Und wie machen wir weiter? Ja, ich war im letzten Part halt ein bisschen... Und ja... Jetzt sind wir ja hier... Diesmal hier Concentration wieder. Und ja... Ihr seid Leute, wenn ihr das Spiel zeigt, lieber mit Steuerkreuz. Ist viel besser zu spielen, würde ich so als Tipp sagen. Weil... Ist ein bisschen unkontrollierbar. Und ja gut, früher muss man das ja auch mit dem Steuerkreuz machen. So... Auf den Affen. Und... Auf den Affen. So... Und weiter geht's. So... Wow, das war so knapp. So, jetzt haben wir schon zwei von ihr. Und... 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 Perfektes Timing haben. Und wieder Checkpoint erreicht. Nein. Das war jetzt... Nicht so... Gut. Dann warten wir nochmal kurz. Und weiter geht's. Affen weg. Warten wir nochmal kurz. Und... So... Haben wir nochmal ein Leben bekommen, würde ich sagen. Cool. Ein bisschen warten. Und Jump. Und... Bam, bam. So... Concentration. Und wieder warten. Und... Jump. Und so... Geschafft. So... Jetzt müssen wir weiter. Okay. Aufpassen. Hier müssen wir auch aufpassen. Okay. Auch wieder aufpassen. Auch wieder aufpassen. So. 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 Bis jetzt läuft das eigentlich sehr gut. Und... Bonus Level. Nice. So. Bis jetzt läuft das eigentlich sehr gut. So. Konzentration. Nice. Ich hab nochmal zwei extra Leben bekommen. Jetzt haben wir nämlich sieben. Das ist schon mal gut. Ich hab wahrscheinlich nur, dass es halt jetzt sehr gut läuft. So. Und einmal hier. Und einmal hier hin. Und einmal hier hin. Nochmal entschuldigung für den letzten Part, dass er ein bisschen... frustrierender war. Nein. Okay. Das war jetzt ein bisschen zu früh. So. Können wir hier irgendwas machen. Perfekt. Wir können das meiste eigentlich abkürzen. Warten wir. So. Perfekt. So. Jetzt läuft das eigentlich viel, viel besser irgendwie. Nein. Jetzt war ich zu übermutig, Leute. Können wir warten. Da war ich jetzt nicht übermutig. Und jump. Und mal warten. Nein. Das war jetzt... Ah, schon wieder übermutig. Warten wir nochmal. Das eigentlich ist jetzt nicht mehr so schön. Nein. Nein. Konzentration jetzt wieder. Warten wir nochmal. Hm? Warten wir nochmal. Mal warten. Mal warten. Warten. Mal warten. Ach shit. Das war jetzt zu kurz gesprungen. Aber es ist besser immer ein bisschen zu warten und nicht alles so schnell zu machen. Außer jetzt gerade, weil es ja richtig schwer gerade war. Warten wir nochmal. So, Checkpoint. Warten wir hier nochmal. So, nochmal warten. Shit. Okay, jetzt weiß ich wenigstens jetzt. Also, wenn ich da dann springen soll. Erstmal auf die eine Plattform da. Warten. So, warten wir nochmal. Warten wir nochmal. Warten wir nochmal. Nein. Ach komm. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Na ja. Was. Was wäre ein Let's Play ohne Fails, Leute. Oder? Das wäre doch mal ein bisschen langweilig. Wie geht es natürlich. Yes. Nice. Läuft das jetzt sehr gut. jackpoint wäre jetzt geil und für leben natürlich immer wir leben immer oder auch erstmal rund ganz runter springen wir den weg wieder von neu laufen müssen wie emma und nein ich hab nicht trainiert leute also dass ihr das jetzt so denkt oder so nein nein und wieder ganz runter gefallen ja geil so nochmal hinter den ablauf hier jetzt und ja jump geschafft hoch ja ich hab zwölf kisten verpasst naja egal so ab geht's hier lang sprechen wir das noch schnell ab obwohl das schmeckt eher automatisch ok ok ob der krieg 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 weiß jetzt gar nicht wie es heißt ok ok was ist das also ok schön tropisch wieder leute schön tropisch ich mag tropische welten so ups was englisch mit den falltesten englisch spielen aber man wieder an den äh an den luke stick natürlich wieder gehabt lol ok das war kein mystisch unerwartet schön warten am liebsten hätte ich gern dass hier ein checkpoint ist aber ne gut naja wohl glaube ein bisschen zu einfach wow schön warten ok hier warten wir nochmal bis der Affe wieder ganz vorne ist und jump nice so warten wir nochmal und die Beile schon zu aber ich bin aus dem Weg so wir machen weiter hoch und haben wieder ein bisschen zu mit meinem Leben nice jetzt warten wir nochmal kann ich halt auch nicht irgendwie platt machen aber gut so checkpoint wieder und hier lang so hier schön laufen 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 und schön gut bleiben wo wo bonus level wieder wo 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 da ja nein mist das war jetzt schlimm schon probieren wir jetzt noch mal reise gestern schaffen wir eh nicht leute also das weiß ich deswegen mache ich einfach nur das nötigste am meisten das mit dem leben und ja wir haben über die hälfte wenigstens gefunden immer in einem positiven ansatz soo nee ist der level geschafft würde ich auch sagen ne 17 kisten verpasst ah ja sehen wir hier ripper rule ok siehst du aus wie ein boss krass unser zweiten boss ob wir den schaffen leute das weiß ich jetzt nicht ich hab eigentlich keine ahnung wie man den jetzt für mich blöd macht nein ok ist aber ein bisschen schwieriger ja eigentlich macht er ja eine schnur im dreieck ok einmal getroffen fangen wir nochmal da macht wieder was so fangen wir nochmal nein ist gut runtergefahren und wieder so nein es fehlt noch zweimal noch ok einmal noch leute einmal noch schauen wir mal wie er läuft ok er macht wieder so ein warte wir nochmal ich glaube ich muss wohl hier das anzinken weiß haben ihn besiegt geil war das pulipa ruiniert ja der war schon schwer schon schwer gib es zu leute gib es zu gib es zu leute der war schon schwer aber so ich würde sagen wir machen auf die red hier noch bei lost city und dann bin ich den part hier da kann ich nicht irgendwie rüber springen oder so Ne, kann wohl nicht rüber. Oh, hier gibt es sehr viel Leben, das heißt, dass es sehr schwer wird, gerade, sonst will den Entwickler dann nicht umsonst hier Leben verschenken. Würde ich mal so sagen. So. Oder was mit Eheleitung. Ups. So. Jetzt nehme ich Checkpoint, nein, das war jetzt richtig umsonst. Ok, da hochkam ich schon nicht. Nein, nein, ich wusste, dass man da von außen laufen kann, oha, ich wusste ja überhaupt nicht. Lol. Tja, ist ja 3D, äh, 2D, 2D, 3D Mischung. Oh, nein, ich hätte runtergemusst, ich hätte eindeutig runtergemusst. Warten wir nochmal, warten wir nochmal, und rein da. Nein, ich warte doch da rein, ich warte doch da rein. Ah, das leveln wir doch nicht mehr. Schwierig, äh, Lashdown würde ich sagen. Warte mal, den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir. Oder, oder auch nichts. Krieg ich es nicht so einfach. So, warten wir nochmal, wie die mal ihre Runden gemacht haben. So. Nein. Ja. Ich warte eigentlich auf jeden springen, aber ich bin zu früh gesprungen. so. Naja, es hat noch 15 Leben. Ja. Ja. Ja, so ein Timing-Spiel. Aber der Bus war eigentlich einfacher irgendwie. Also würde ich so sagen. So. Checkpoint. Gibt es hier irgendwas? Bestimmt, äh, Leben bestimmt. Und. Und. Ich kann ja mal gucken. Oder auch nichts. Ist das lieber. Lol. Lol. Wow. Das war jetzt irgendwie nicht so gedacht gerade. Okay. Okay. Ah, okay. Jetzt weiß ich den Trick, Leute. Jetzt weiß ich den Trick. Hä leh? lol. Jetzt aber. Nein, da war noch das Checkpoint. Lol. Nochmal. So, nochmal. So, Checkpoint. Lol. Hä, wie schafft man das denn? Hä? Ich verstehe nicht. Ach komm. Ok, ich muss nur an der Wand laufen. Oh shit. Nochmal. Ach komm. Gibt's doch nicht. Ich habe keine Lust, das Game Over zu gehen. Wie schafft man das denn, Leute? Ich habe wirklich keine Lust, das Game Over zu gehen. Lol. Hä? Wie geht denn das? Wieso läuft der denn wieder zurück? Hä? Hä? Das ist doch total unlogisch. Lol. Das ist doch total unlogisch. Das ist doch total unlogisch. Ok. Ok. Wenn wir noch mal zwei extra Leben bekommen, schon mal sehr gut. Und ja. Nein. Ach komm. Hä, wie kommt man denn da hoch? Nochmal. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ich will jetzt den Steil abkratzen. Und das war sowas schon klar. Hoppien wir's nochmal. Oh nein. Nein. Ja Leute, du wirst sagen, ich beende doch lieber den ersten Part. Ich mach dann den nächsten Part weiter. Ich hoffe es hat euch gefallen. Nächsten Part geht's dann weiter. Und ja, vergesst nicht abonniert und kommentiert. Und ich hab nix dabei von Crash Bandicoot von SoulAce vorbei. Schau mal.